Herzlich Willkommen Leute zur neuen Smackdown Review und zwar heute die Smackdown Ausgabe vom 5.3.2015. Ich review die jetzt mal alleine, weil der Alex ist über das Wochenende weg und die wurde so spät hochgeladen, die Smackdown Ausgabe. Von daher, der Simon guckt kein Smackdown. Ich mach die jetzt einfach alleine. Dorf Segler kommt am Anfang raus und Bad News Barrett, die gehen so ein bisschen über den IC Title, machen sich so ein bisschen gegenseitig fertig. Und dann kommt auch noch Luke Harper rein, die brawlen sich so ein bisschen. Zwei gegen einen Heels, gegen den Face natürlich. Aber dann kommt Dean Ambrose raus, alle brawlen sich. Arjuth kommt dann kurz und schnappt sich den Titel, während die vier anderen sich da wieder irgendwie brawlen. Und, ja, Arjuth macht sich da mit dem Titel davon. Gut, ich weiß nicht. Also, ich hab keine Ahnung, was ich davon halten soll mittlerweile. Ich finde, ab Raw nächste Woche, also ab morgen, die Raw Ausgabe, die sollte auf jeden Fall wieder anders werden. Da sollte ein anderes Storyline-Element noch reinkommen. Ich meine, es geht um den Titel, der von jedem geklaut wird. Das ist für mich keine Storyline. Also, natürlich, der Titel steht im Vordergrund. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Fede gut ist, wenn die sich den immer gegenseitig klauen, jetzt noch drei Wochen lang. Ich will einfach da sehen, dass die sich auch vielleicht Spannungen gegenseitig aufbauen oder so. Da kann man so viel machen. Und, ja, ist halt einfach so, dass ich da ein bisschen Abwechslung sehen will im IC-Title-Geschehen, denn das könnte ein richtig gutes Match werden bei WrestleMania. Ähm, Arjuth hat hinten ein Backstage-Segment mit, äh, René Young müssen wir nicht drüber reden. Tyson Kidd und Cesaro haben ein Match gegen die Los Matadores gewonnen. Äh, El Torito hat wieder versucht, ungefähr einzugreifen und wurde da von Natalya dran gehindert. Backstage diskutieren, Big Show und Kane jetzt miteinander. Beide werden an der Andre the Giant Memorial Battle Royal teilnehmen, was ich übrigens sehr gut finde. Sehr, sehr gut, dass man die beiden in die Andre the Giant Memorial Battle Royal steckt und nicht in ein Einzelmatch zwischen den beiden. Das will ich überhaupt nicht sehen. Also, kotzt mich das an. Ich glaube, das kommt sogar noch. Aber ich will es einfach nicht sehen auf der WrestleMania-Card, von daher. Äh, Big Show sagt dann, wieso nennen wir es nicht Big Show Memorial Battle Royal? So dumme Sprüche halt wieder gemacht. Ähm, Show, der Big Show möchte dann wissen, ob Kane ein Dämon oder ein Kaufmann ist, wenn er in die Battle Royal kommt und da teilnehmen wird. Kane antwortet dann, dass Big Show sich einfach das nächste Match ansehen soll. Der, ähm, dann wird er es herausfinden. Gut, das heißt, ein kleiner Cliffhanger aufgebaut. Ryback gegen Kane kommt jetzt. Das war eben das nächste Match. Ryback gewinnt das Ganze via Mito-Clotheline nach zwei Minuten. Ähm, auf jeden Fall krass gezeigt, dass du was kannst, Kane, by the way. Äh, nach dem Match befiehlt Kane dann, dass Ryback im Ring bleiben soll, da er noch ein Match zu bestreiten hat gegen Big Show dieses Mal. Big Show gewinnt jetzt gegen Ryback nach dem Knockout-Punch. Aber Kane hat ihn natürlich, ähm, vorher abgelenkt, sonst hätte Ryback natürlich nicht clean verloren. Ähm, also Big Show, Ryback und Kane hier in der Match-Serie gewesen, hat nicht lang gedauert. Hat so sechs Minuten der Show ausgemacht. Sieben, acht Minuten. Und, ja, ich weiß nicht, was will man jetzt mit Big Show und Kane machen? Ich persönlich finde ja, man sollte sie, ähm, in die Andre the Giant Memorial Battle Royale stecken. Da dann vielleicht die Fede entwickeln lassen und dann bei Extreme Rules ein Match zwischen den beiden machen. Irgendwie, ähm, ein Extreme Rules Match halt, weil ein normales Match, wenn die beiden haben, kann es nicht gut werden, wenn sie so ein bisschen noch sich vielleicht mit Stühlen verprügeln oder durch Tische hauen. Fände ich das persönlich besser. Und dann könnte es auch zumindest ansehnlich werden. Es wird auch nicht gut werden, aber gut, wenn man die beiden wieder hier gegeneinander stellen will. Soll man das machen? Hoffentlich nicht bei WrestleMania, sondern erst bei Extreme Rules. Ähm, Bray Wyatt hat jetzt eine Promo über den Deadman. Er soll aufsteigen, er soll risen. Und Rise ist übrigens auch der Theme Song von Wrestlemania, äh, habt ihr sicherlich schon gehört. Dann kommen die Bellas heraus und sagen, ach ja, zu Bray Wyatt gegen Undertaker kann man eigentlich nur sagen, Undertaker, come back please. Ich will den lieben Herrn im Aufbau sehen und nicht erst später dann in, ja, bei WrestleMania. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass da zum Beispiel der positive Teil ist, dass zum Beispiel der Comeback, das Comeback vom Undertaker größer ist oder dass man sich halt noch mehr auf WrestleMania freut, weil da dann endlich der Undertaker wirklich kommt, ne. Aber wie gesagt, wenn ich mich entscheiden könnte, ich würde sehr, sehr viel lieber den Aufbau zwischen den beiden Wellen. Fände ich cooler. Und ich glaube aber, dass man Undertaker danach noch ein Match lassen haben wird und zwar bei WrestleMania 32. Ich glaube nicht, dass Bray Wyatt da, ähm, jetzt quasi ohne Aufbau eine Fehde gegen den Undertaker hat und der dann anschließend gar kein Match mehr hat. Ein Match noch bei WrestleMania und dann Schluss ist, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber gut, machen wir weiter. Und zwar die Bellas kommen raus und sagen, jeder redet über Gift, die was a Chance. Das heißt aber, give AJ Lee a Chance. Während AJ nicht da war, haben die Bellas den Dieben eine Chance gegeben, aber, äh, spielt nicht annähernd irgendjemand in ihrer Liga. Nicht AJ und nicht Paige, aber die beiden kommen dann auch raus. Und dann gibt es das Match und zwar AJ gegen, äh, gegen Brie Bella, genau, nicht gegen Paige. Das hätte keinen Sinn ergeben. AJ gegen Paige. AJ gewinnt das Ganze nach 8 Minuten, äh, via Black Widow und Nikki. Was zu erwähnen ist, Nikki wollte in das Match eingreifen, aber Paige war ja, wie gesagt, am Ring, hat das Ganze verhindert. War eigentlich nicht mal so ein schlechtes Dieben-Match, muss man sagen. AJ Lee, äh, zeigt einfach wieder, dass ich es im Ring drauf hatte. Aber gut, auch das da zu Dieben, ich denke mal, da wird es wieder irgendein Multiman-Match geben. Vielleicht so ein Fatal 4-Way, äh, für den Divas-Title. Vielleicht gibt es dann auch noch den Turn zwischen Brie Bella und Nikki Bella so ein bisschen wieder, äh, weil die Feder ergibt immer noch keinen Sinn. Aber gut, wem sage ich das? Backstage-Interview mit Daniel Bryan. Er sagt, dass der IC-Title aufregend ist und dass er im Leather-Match, äh, bei WrestleMania eventuell die Show stehlen könnte. Aber er freut sich natürlich auf das Match. Ist gespannt, wer, ähm, heute am Ende oben steht und wer dann auch bei WrestleMania den Titel halten wird. Äh, das fünfte Match, The New Day gegen The Miz und Damien Misdau. Das Ganze sah so aus, The New Day ist einfach nur da, um andere Tag-Teams in der Story weiterzubringen. Das war bei Stardust und Goldust so, das ist jetzt auch bei Miz und Misdau so. Miz und Misdau verlieren nach dem, ich glaube, Midnight Hour heißt da dieser Move von Big E und Kofi Kingston. Big E mit dem Big Ending und dann Kofi Kingston springt da noch so heran. Während des Matches kam es halt zu Streit herein zwischen Miz und Misdau, deswegen der Verlust, beziehungsweise die Niederlage. Roman Reigns ist jetzt Backstage und spricht über Paul Heyman und Brock Lesnar. Roman Reigns sagt, dass Heyman sein Geld auf, äh, sein Geld mit Sprüche klopfen und Lügen verdient. Er weiß, dass Lesnar ihm bei Mania wehtun wird, aber am Ende wird er mit einem Superman-Punch und einem Spear-In ihm den Titel abnehmen. Believe that! War wieder sehr eigenartig irgendwie, die Promo hat mir nicht gefallen. Aber gut, äh, das ist ja auch nichts Neues irgendwie. Ich will jetzt auch nicht groß auf Roman Reigns eingehen, das Thema hatten wir schon zu Genüge. Rusev hat ein Match gegen Jack Swagger, Rusev gewinnt das natürlich nach siebeneinhalb Minuten mit dem Accolade. Äh, ja, gut, ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Jack Swagger gegen Rusev haben wir auch schon oft gesehen, ist keine schlechte Paarung, was das Match angeht, aber, äh, halt einfach uninteressant mittlerweile. Dann kommt Curtis Axel auf dem Titan John und zeigt seine Hulk Hogan-Imitation mal wieder. Er kündigt an, dass er am Montag mit Rusev ein Match haben wird. Und zwar, äh, wird er das gewinnen und dann wird es sich bei Mania um den US-Title zwischen den beiden drehen. Ich hoffe mal nicht, äh, das wäre ein bisschen eigenartig. Ich hoffe auf ein Match zwischen Rusev und Cena nochmal, obwohl dann, wenn man Curtis Axel gegen Rusev macht, kein Superstar geburriert werden würde. Also das wäre auf jeden Fall geiler, aber gut, egal. Ähm, siebtes Match des Abends und gleichzeitig der Main-Event. Dolph Ziggler und Dean Ambrose gegen Luke Harper und Bad News Barrett. Ja, darauf hat sich ja auch, ähm, Daniel Bryan in seinem Interview bezogen, dass er eben gesagt hat, hier, ähm, ich bin gespannt, wer am Ende oben steht. Es geht nämlich um den IC-Title. Ähm, ja, war ein nicht schlechtes Match. Sind alles gute in Ring, ähm, Participants, sag ich mal, wenn man sich das jetzt anguckt. Dean Ambrose aus Segler Luke Harper und Bad News Barrett, die sind alle nicht schlecht im Ring. Nach dem Match, also erstmal vielleicht zum Match. Dolph Ziggler und Dean Ambrose gewinnen. Und zwar nach dem Zigzag gegen Harper. Genau so ist das. Nach dem Match knockt dann Barrett Ziggler mit dem Bullhammer aus und will sich danach seinen Titel von R-Truth zurückholen, der dann auch am Ring war. R-Truth will den Titel gegen, äh, an Bad News Barrett überreichen. Aber Ambrose unterbricht das Ganze mit einem Dive durch die Seile und Truth will verschwinden. Harper stellt sich ihm in den Weg, nimmt ihm den Titel ab. Äh, zumindest hat er das vor. Aber Truth knockt ihn aus. Fand ich sehr, sehr cool. Zum Beispiel, also man zeigt jetzt immer R-Truth in dieser Opferrolle in den letzten Tagen. Jetzt hat er endlich mal Luke Harper niedergehauen. Das fand ich schon mal gut. Äh, hat ihm den Titel nicht einfach so gegeben. Das ist zumindest schon mal eine kleine Entwicklung in der Story. Und als Daniel Bryan dann kommt, ähm, will, will er quasi den Titel von R-Truth haben. Äh, kriegt ihn dann auch, also irgendwie sehr eigenartig. Er gibt ihm Luke Harper nicht, schlägt ihn nieder, aber demnächst Besten gibt er ihm dann. Bryan nimmt sich den Titel, stimmt seine Yes Chance an und auf einmal kommt Stardust und wirft Daniel Bryan um, attackiert ihn. Stardust nimmt sich den Titel, klettert die Leiter hoch und somit endet Smackdown. Ach du Scheiße. Ich sag mal so. Das Ganze zu Stardust jetzt. Ich will Stardust in einer Fede mit seinem Bruder sehen. Und zwar will ich die ganzen so sehen, dass Goldust und Stardust erstmal, ähm, sich quasi angreifen. Dann Cody Rhodes aus der ganzen Sache wird. Und nicht Stardust bleibt, sondern dass einfach Cody Rhodes gegen Goldust kommt oder Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes, finde ich auch cool, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und dann gibt's eben das Match zwischen den beiden. Beide, ähm, geben sich alles bei Wrestlemania und Goldust beendet nach dem Match seine Karriere. Ist doch ein super Ding. Also ich weiß nicht, was die WWE dagegen hat, aber ich find das einfach einen super Aufbau. Cody Rhodes dann aus Stardust machen und jetzt will man die beide irgendwie ins IC-Leather-Match parken. Also wieder zwei neue, die sowieso nicht interessieren, aber gut, das zu Smackdown war eine eigentlich ziemlich positive Ausgabe, muss man sagen, für Smackdown. Ich würde eine, ähm, Entertainment-Note 2-Geben, Wrestling-Match-Note 3+, sagen wir mal eine 3+, gebe ich für die Show. Also war jetzt eher eine bessere Show, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, gab's da auch mal 4 Ausgaben. Aber, na, eine 3+, bis 2-, kann man schon geben für die Ausgabe. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Äh, schaut in die Beschreibung, da ist die Lucha Underground Review und auch die NXT Review verlinkt. Bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao!